Wir müssen den ICE 728 zum Flughafen nehmen. Müssen wir uns schon beeilen, das Ding fährt gleich ab. Habt ihr alles beisammen und dann ab zu Flieger. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR Ich geh dann nochmal schnell in die Spiegelstoffe und die Sachen kaufen, bis gleich. 2.600 Euro, ja ist ein Schnäppchen, pack's ein. Ich geh der Weile mal rüber in die Schokoladenabteilung. 2.600 Euro, die hat's doch nicht alle. Die Geistes aus dem Internet, da muss mindestens 10.000 vorstehen. Einmal Lins für das Wienchen. Duplerone für die Family. Duplerone Superstar für mich. Macht dann 7.665 Euro an der Kasse. Wir müssen zum Flugsteig A17. Gibt mal mein Ticket, es geht los. Gibt mal mein Ticket, es geht los. Wir müssen in Berlin schauen, wie wir das nicht für dich machen. Aber ich hoffe, in Berlin Carmen is on. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Amen. 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 Dies gilt auch wenn die Abendscheinzeichen ausgeschaltet wurden. Wir bitten Sie auch darum, die oberen Gepäckfächer während des Fluges vorsichtig zu öffnen, damit eventuell verrutschtes Handgepäck nicht daraus fallen kann. Ladies and gentlemen, Estabalance may currently expect that at any time you are required to fast your seatbelt as soon as you have taken your seat. Let's have supplies for the seatbelt as a bath here, we turn up. We can be asked you to open the air and come up with carefully during the flight to what any items could follow. Meine Damen und Herren, weil Sie nicht im Moment für kein elektronisches Gerät benutzen wollen. Dafür für Scheregusten überhitzt. Oder worauf es beginnt, werden Sie sich bitte oben in eine Kabinensatzung. Ladies and gentlemen, here is an iconic device on today's server. So schön kannst du der Mensch da überhinden. Erstmal einen Flugflug. Das ist dasselbe Wasser wie das letzte Mal von Frankfurt nach Berlin. Der Boppel hat eine neue der Neue. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020